Morgen bei Coop. Wie immer tolle Angebote und jeden Tag ein super Wettbewerb. Auch beim Putzen müssen Sie nicht immer gerade mit grobem Geschenk auffahren. Statt scharfen Mittel offeriert Ihnen Coop nämlich milde Produkte, die Ihre Aufgabe glänzend, aber gründlich bewältigen. Die Reiniger sind von der Empathie getestet und als leicht biologisch abbaubar eingestuft wurden. Und das Symbol bedeutet, dass man die Verpackung unschädlich entsorgen kann. Noch weniger Entsorgungsprobleme gibt es bei dieser Neuheit von Arni. Die Wahrscheinlichkeit, dass die knusprigen Müsli-Stängel nach dem Einkaufen nicht sofort verbraucht werden, ist nämlich äusserst gering. Gross sind hingegen Gewinnchancen im Markenquiz. Es kommt von jetzt an jeden Abend. Der Stängel, den wir Ihnen jetzt gerade vorgestellt haben, ist die erste Frage gewesen und die Details zum Wettbewerb stehen in der Coop-Zeitung. Und wenn Sie das mal nicht gewinnen sollten am Markenquiz, das von jetzt an jeden Abend läuft, vier Päckchen Napoli-Spaghetti, kommen Sie morgen bei Coop auf jeden Fall zum Aktionspreis über. Also, morgen bei Coop, wir freuen uns auf Ihren Besuch.